Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich habe jetzt über Tage nicht gefloggt. Ich habe wieder gearbeitet und ich muss erst wieder noch aufholen mit Vlogs. Ich bin gerade richtig schlecht. Ich weiß auch nicht wann dieses Video online kommt jetzt. Und ich weiß auch nicht was sich bis dahin vielleicht schon wieder alles verändert hat. Guten Appetit! Ich habe mir eine Bowl bestellt, extra. Und dann wurden wir angerufen, dass es keinen Liverando-Liverand mehr gibt. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wer mein Essen mit Blondierung auf dem Kopf eben abgeholt hat. Mit Blondierung auf dem Kopf. Ich kann jetzt auch richtig aufgeholt haben. Entschuldigung. Ich kann jetzt auch nicht einfach ... Ich habe dich abgeholt und ich habe dich sample. live on tek-tok hier ist kohle, schau mal europa center bitte in fahrtrichtung links aussteigen hier 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 Bis zum nächsten Mal. Jetzt darfst du dich auch endlich gesehen werden. Ja, true. Ich sehe sie fallen, ich sehe sie fallen. Das war's. Alles klar. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020